letzte folge hatten wir den skin gewechselt und den extrude gemacht das hier ist jetzt ein neuer rig da ich den alten nicht mehr habe es gibt generell zwei möglichkeiten objekte zu importieren einmal müsst ihr hier im viewport irgendwas auswählen und es muss dabei aber object mode sein dann öffnet ihr blender erneut und öffnet den rig dann wählt ihr das zu importierende item aus es muss dabei auch im object mode sein und dann drückt ihr steuerung copy dann geht ihr wieder hier zurück zum rig und drückt steuerung v dann habt ihr hier den rig importiert die zweite möglichkeit wäre unter file append den rig zu öffnen und dann geht ihr wenn ihr die blender datei davon hier ausgewählt habt in object und welt dann das objekt aus zum beispiel jetzt hier das gold sound dann habt ihr das hier auch importiert so habt ihr nun objekte importiert und jetzt zeige ich euch wie man generell eine pose macht dafür werde ich hier das größte aus sage ich mal und geht in post nun könnt ihr auch verschiedene sachen auswählen und so bewegen dabei kann es aber sein dass es ik und fg switche gibt oder generell ik und fg einmal gibt es hier wo man nur an den rotationsstellen die bewegen kann und es gibt einmal wenn man hier auf den stern drückt n drückt kann man zu ik wechseln und dann gibt es hier so eine sphäre und dann kann man die bewegen und die bewegt dann beide rotationspunkte sag ich mal einmal hier nur an diesen bestimmten stellen und einmal hier wo man damit alles bewegen kann bei diesem mark ist es so dass es auch bei den beinen zwischen ik und fg geswitcht werden kann hier kann man mund öffnen lassen bzw generell einstellen und wenn man hier das nach oben drückt kann man die erweiterten gesichtseinstellungen aufrufen wo man noch mal genauer alles bearbeiten kann wie rechts gibt es auch ein paar einstellungen die müsste dann einfach mal ausprobieren hier links zum beispiel dicke der augenbraun natürlich kann man hier auch noch viel mehr bewegen zb hier die hüften oder hier oben noch mal die arme weiter der oberkörper kann aber hier auch bewegt werden wenn man einmal er drückt kann man auf eine achse zu bewegen wenn man zweimal er drückt kann man hier so generell so viel bewegen am fuß kann man sogar mit g das hier so bewegen genauso wie hier am arm das gewesen ist hier das bewege ich auch mit g da muss man halt einfach mal vieles ausprobieren finger kann man natürlich bei dem look auch aktivieren da geht man hier auf das sternchen und aktiviert finger da kann man dann hier auch die finger öffnen und schließen und nochmal hier generell so finger bewegen hier gibt es auch mal einstellungsmöglichkeiten für den arm da kann man hier noch einstellen wie der gedreht ist das gleiche gibt es hier vorne auch bei den beinen musst du nicht hier das hier so drin auf dem pfeil hier kann man auch hier kann man ja auch noch so ein bisschen mit dem kopf stretchen oder zusammen drin das war es eigentlich mit dem tutorial dieser folge nächste folge kommt dann dran wie man welten importiert und wie man diese denn auch mit mac prep vorbereitet dass sie besser aussehen ich würde mich auch über einen like und eurem support freuen bis zum nächsten mal